So, lasst uns das Bingo-Ding generieren. So, da ist das Feld-Chat. Muss jetzt alles eigentlich drin sein, was wir gerade hatten. Wie gesagt, Bingo ist gewonnen, wenn wir zwei Reihen haben. Das wäre z.B. so eine Reihe, das ist eine Reihe, das ist eine Reihe. Aber das ist auch eine Reihe. Wir müssen mindestens zwei Reihen vollkriegen, dann haben wir ein Bingo. Also das natürlich wäre auch ein Bingo. Das wäre auch ein Bingo. Das wäre natürlich auch ein Bingo oder so. Oder halt, das wäre ein Bingo. Ne? Das denke ich mal verständlich. Dann machen wir eine Gamba-Chat. Schaffen wir zwei Reihen? Ja. Nein. Und ich gebe euch... Wie spät haben wir? 20 Minuten gebe ich euch. Jetzt wurde sehr oft Ente gesagt. Wir nehmen aber nicht Ente mit rein. So. Aber warte. Ich lasse euch mal das Feld offen. Damit ihr es abschätzen könnt. Und... Nein, ich habe Steam Big Picture gestartet. Oh mein Gott. Bitte können wir hier... Ich bitte hier ausmachen. Aber ich sage es, wie es ist, dass eine Ente vorkommt, ist, glaube ich, in einem Horrorspiel eher als in Frank-Rosins Restaurant. Jetzt spackt mein Steam. Guck, es ist jetzt oben so und unten weiß. Oh mein Gott! Okay, ich muss Steam neu starten, glaube ich. Oh wow! Oh wow! Guckt euch, das ist auch alles weiß! PC Gaming. Wollen wir PC neu starten? So, ich hatte noch irgendwo hier eine TXT. Mit Spielen, die heute kommen. Das eine kam nicht raus. Sehr gut. Wurde verschoben. Das andere ist draußen. So, Warenkorb. Und... Ja, okay. Fünf Spiele. Kaufen, kaufen, kaufen. Bevor wieder meine Adresse geploppt wird. Wo ist Spiel, startet nicht. Das passiert eigentlich in der Regel hier nicht. Och, genau heute muss ich mein Paypal-Passwort neu eingeben. Genau heute. Wo ich nicht so viel Zeit habe. Und schnell, schnell, schnell machen will. Genau heute muss ich jetzt mein Paypal-Passwort wieder neu angeben. Och, meine Scheiß-Tastatur. Ich hasse meine Tastatur. Nochmal Verzögerung. So. Wo ist mein Handy? Direkt neue Tastatur mitkaufen. Ich stimme zu und dann alle installieren. Zack, 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 boom, bang. So, ähm, ich hoffe, ihr habt euch alle einen Screenshot gemacht, Chat. Hier, macht euch schnell irgendwie einen Screenshot oder so. Ähm. Macht euch irgendwie einen Screenshot oder so. Oder schreibt es ab. Und dann könnt ihr nebenbei noch drauf achten. Ansonsten werden wir immer nach dem Spiel immer hier auf das Feld dann schauen. Okay. Dann fangen wir an mit dem ersten Spiel für heute. Das ist noch von letzter Woche. Dementsprechend, ich habe alles vergessen, worum es geht. Äh, aber ja. Oh, ich habe es vergessen. Chat, das Wichtigste vergessen. Ich habe es vergessen. Oh, ich habe es vergessen. Let's go, Chat. Das erste Spiel für heute ist, äh, gibt es das auf Twitch? I'm counting to six. Gibt es. Ich zähle bis sechs. Boom. Boom. Es ist schon mal eine wundervolle Font, die gewählt wurde. Let's go. Ähm. Wir sind englisch. Englisch. I'm counting to six. Das war laut. Die Vorhersegeräte geht noch. Ja. Du darfst gerne teilnehmen. Let's go. Select Level? Okay, wieso ist das so groß? Die Akte sind bestimmt sehr kurz, oder? Moment. Es sind fünf Akte, aber das Spiel heißt counting to six. New game. The story is about a small village. At first glance, it is no different from other villages, but something happened in it that changed the lives of everyone involved in the story. Take a look at this and you will see Mysteries shrouded in a strange fog. And also, this story is about a man who happened to be in that village by accident and who will have to influence the outcome of a mystical event. Is this überhaupt gruselig, chat? My phone is not working. I think I drove it into the village. It's getting late. I'm going to look around. I need to find where to call from. Die haben auf jeden Fall auf Frustisch gesprochen. Marie! Dankeschön für sechs Monate. Okay. Ich glaube... Papa braucht eine ÖPC. So. Wo? In was für einem Drecksloch sind wir angekommen hier? Schön matschig hier. Das sagst du seit fünf Jahren. Lüge. Technik hier. kompapapap session. Obu. Obu. Okay chat. Wieso müssen wir zu... Prat. Ci? So. Obu. Bitte hilf mir, ich brauche zur Erdnachrichtung. War das ein Schreim? Cutie Pie, mach das nicht Mach das nicht Es ist der Freitag Willst du dich verfluchen? Er nennt mich hier so ein bisschen an Alan Wake 2 If you have played it, you know what I mean Denke ich, Diggi Telefon klingelt Aber das Spiel sieht schon mal hübsch aus Aber das ist leider meistens Ein Zeichen für das Spiel Das Spiel wird scheiße Das nicht funktioniert Propal Rebionak Da ist ein Kind verschwunden Glühbirne geplatzt Hey, can you help me? Wir sind eigentlich tot, Chad Das ist der Ferryman Der bringt uns jetzt ins Totenreich I was shitting in a boat Sitting in a boat On the lake When I saw That the fog had descended On the water I tried to swim to the shore I tried to swim to the shore But I couldn't see anything Finally When I touched the shore I rather ran home In the house I saw that my wife Was frozen like a statue And my dear children Were motionless I ran out of the house I ran out of the house In fright To find at least Someone Who can help me Okay He's dead Need to get out of here Is der auch versteinert? Also er schreibt dir Er ist nach Hause gekommen Oh mein Gott Der war vorher nicht da, oder? Im Himmel ist nur Nebel Er hat ja gesagt Er ist nach Hause gekommen Und seine Frau war versteinert Und seine Kinder Er sieht auch schon Ziemlich versteinert aus, oder? Oder er ist so gräulich Weil er tot ist schon länger Brudi, ich geh einfach, ne? Und die Brücke bricht ein Okay Okay Is anyone here? Und das ist ja direkt Dann auch aufzuklingeln Ist die Tür aufgegangen? Das klingt so Als würde jemand Vor der Tür stehen, oder? Da hängt jemand Da hängt ne Puppe Ne Puppe hängt da I warned them Those dirty little kids Shouldn't have bullied him And his doll I told their parents But what's the use If they're the same themselves They also called me crazy Da, das ist so ne Marionettenpuppe Aber in groß Ja, ich seh schon Das ist bestimmt so ne So ne Mannekeen Spiel Ja, aber ich dachte Kurz mit diesen Bäumen Und so Sieht das aus So ein Schädel Ein riesiger Schädel Was war da grad Da beim rechten Ohr? Durch hier über Boxen Hab ich mich erschreckt Ich hab mich auch erschreckt Solche ASMR Schild Packt mich aber auch Jedes Mal in Horrorspielen Da sind sie alle Ich glaub dem geht's nicht gut Ja, das war ne Puppe Das war irgendwie ein Teddybär Oder so Das war kein Mensch Der da saß Okay Es ist all deine Schuld Ich habe nichts falsch gemacht Mein einziger Freund war mein Toll Aber du warst mit ihm mit mir Du hast sogar einen lachen von mir Und ich habe dir gezeigt was es ist wie Du wirst in Agony 永遠 Und das wird in irgendeinem Weise Okay, die haben dem Kind das Spielzeug weggenommen So ein einziger Freund Und Valeria Dankeschön für 25 Monate 26 Monate Vielen, vielen Dank Und das Kind hat bestimmt irgendwie so paranormale Kräfte Das hat irgendwie so telepathische Kräfte Und das Kind ist dann komplett so durchgedreht Und hat alle so in der Luft zerfetzt Telekinese Okay Das war denke ich mal Akt 1 Und jetzt wachen wir mittendrin irgendwo auf Ich weiß nicht ob du jetzt denselben Typen spielen oder Achso, ich dachte da ist ein Bett Ich denke mal wir sind hier reingekommen gerade Das ist die Haupt Haupteingangstür Okay, let's go Chat, jetzt ist der Moment gekommen Jetzt müsst ihr eure Rollos runterdrehen und das Licht ausmachen Es geht los Ich war die alte Well Ich war die alte Well Aber ich sah da und was Luca mir gesagt hat ist wahr Sie müssen es pay for it Ich muss sie punishen Ach, add die alte Well Sie haben irgendjemand einen Brun ertränkt Rollos runter noch vor 20 Uhr Ja, jetzt in der Sommerzeit müssen wir das halt machen Hab ich auch gemacht Für die Horrorstimmung Weil jetzt wird Freitag wird es jetzt irgendwie um 21 Uhr erst dunkel Das ist dann das ist dann irgendjemand Miese Sau Ich stehe dir da einfach am Fenster Was ich hier mache Ich muss zu gehen Ich habe keine Ahnung worum es in dem Game geht Wir spielen es irgendwie seit 5 Minuten erst Wir sind irgendwie in einem Dorf wo überall nur Puppen sind Mehr wissen wir jetzt noch nicht Das war die Omi Das war die Omi Was ist denn los mit mir Ich bin ein männlicher Mann Ich bin ein gestandener männlicher Mann Ich habe keine Angst vor Videospielen Bin ich ein Kind oder was Ich bin ein Kind Oh Oh Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das Klopfen, das darf man nicht in Spielen benutzen Das Klopfen darf man nicht in Spielen benutzen Ja, das war so ein Kopfhörerklopfen Das ist diese, diese Erschreckerklopfen Die immer so klingen, als wären die wirklich bei dir zu Hause Das ist illegal, ja das ist illegal, das darfst du in Videospielen nicht benutzen Da ist ein kleines Scheißkind da vorbeigelaufen Ein kleines Scheißdämonkind Kit, hat dich das Klopfen erschreckt? Hat mir gerade so in die Brust, wieso schlägst du dir selbst in die Brust? Wie du hörst auf Lautsprecher Ja, dann wirst du ja gar nicht gejumpscared Heute Es musste passieren, als ich diesen Junge durch die Tür sah, habe ich das Gefühl, dass er etwas gesehen hat, das er nicht gesehen hätte Ich muss ihn vorbeiget werden, dass ich ihn vorbeiget habe Hey, Grüße Lauf ich jetzt einfach nur die zwei Zimmer mal hin und her Und lasse mich einfach die ganze Zeit jumpskiern Oh, ich muss einen Weg nach den Attik finden, vielleicht ist es ein Fenster da Hier war eine Leiter Ja, da war gerade klatschen Hey, wer bist du denn? Süße Piacco, geh lieber, ich schrei gleich Piacco, geh lieber, ich schrei gleich Jemand da? Ah, hallo, ich bin hier oben Ah, hallo, ich bin hier oben Ah, hallo, ich bin hier oben Blut Junge, diese scheiß Geräusche Fatality Dankeschön, für zehn Monate Das ist ein Fernseher gegangen Was sind diese Sounds? Habt ihr bei der Ersetzung gerade nicht gesehen und dachte, du liest das Russische und übersetzt on the fly. War kurz impressed. Ja, guck weiterhin nicht nach rechts. Denke, ich lese Russisch. Ich kann auch auf Russisch lesen. Okay, lass mir das. One, I lock the doors. Oh, jetzt kommt Counting to six. Ja, steht Russ. Und dann kann ich das Erste nicht mehr lesen. Das Erste heißt halt Russ eins. Also erstens. Und dann steht da, keine Ahnung. Das heißt, zwei. Glaza закрываю. Trei. Mieste. Egal. One, I lock the doors. Two, I close my eyes. Three, I find a place for yourself. Four, don't breath. Five, feel your heart pounding. Six, wait. Okay, counting to six. Six. The ladder has fallen. I must jump. Oh, mein Gott. Ich bin tot. Wieso werde ich eigentlich in diese dumme Scheiße hier reingezogen? Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts diesem kleinen Jungen und seiner Puppe getan. Wieso werde ich in diese dumme Scheiße reingezogen? Ach so, ich habe einen nackten Arsch gesehen. There is a secret door here. There must be keys and a crowbar somewhere. To open the lock, use the hints. Telefon? Erstens Telefon, zweitens Schloss, zweitens Telefon, drittens Schlüssel. Ah, da. Ah, da. Oh, schön singt sie. Okay, Frau Hoppe. Ja, ja, da summt jemand. I can only say what I feel to my doll. Luca always listens to me. Luca is my friend. Luca is a scheiß Dämon oder so. Der in dieser Puppe lebt. Schmeckt hot. Daraus habe ich früher auch Tee getrunken. Das hatte mein Onkel gehabt. Geiles Ding. Ich würde so ein Ding gerne auch haben. Nichts aus dem Topf. Der hier. Samarvar. Das Ding hier. Und dann kannst du da unten, kannst du dann den Tee dann rausholen. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt und ob es sowas im Deutschen gibt. Ich fühle mich bei Luca immer angesprochen. Luka, 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 Luka. Jetzt? Das ist quasi russisches Bier, da ist kein Bier drin. Ah, da ist ein neuer Hint. Das Zettel geht nach oben. Wenn du sitzt, geht er nach oben. Wow. Am Fenster. An dem Fenster oder an dem Fenster? Oder an einem ganz anderen Fenster. Weil die Tür ist jetzt offen. Ab ihn. Soll ich mich hinsetzen? Ah, das ist ein Crowbar. Okay, wir brauchen noch einen Hint. Für den dritten Schlüssel. Oh. Es hat zwei Wochen, seit meiner Mutter zuerst. Es gibt keine Nachrichten. Ich ging zum Pressing-Officer, aber er hat es nicht gehalten. Er hat gesagt, sie hat mich verlassen, aber ich weiß, dass sie das nicht machen würde. Sie liebt mich. Es muss etwas mit ihr passieren. Ja, diese Blätter leuchten immer extrem hell. Zauberblätter. Zauberblätter. Noch einer. Russische, russische Zauberblätter. Oder reichen uns zwei Schlüssel? Hey, was? Was? Okay. Cool. Äh, in einer Schublade. Bei irgendeinem Srank. Das ist nicht so ein Srank. Okay, der war ja katastrophal scheiße. Holy shit, war der kacke. Also, wer ich Videospielentwickler und würde Horrorspiele machen, mir wäre dieser Jumpscare jetzt echt peinlich. Da ist kein Schlüssel, Leute. Das ist aber der Schrank. Hey, grüß dich. Danke. Will. Oh mein Gott, du miese Ficksaus. Doch nicht während ich lache. Tja, Karma. Let there be blood. What is this place? Die Gang einfach. Tschüss. Ciao. War schön mit euch. Tschüssi. Das wird schon mal nicht unsere Taschenlampe sein. Tikon, ich verstehe, wenn du mit mir bist. Ich wusste, dass du tief in der Mitte wollte, dass du reale Freunde haben möchtest. Und du verletzt die live Kommunikation mit anderen Leuten. Ich konnte niemanden mit unserer Familie nicht mehr lassen. Otherwise, sie würden uns unser Geheimnis herausfinden. Und was mit mir jetzt passiert, würde viel früher passieren. Du warst kinder zu allen, aber sie nicht verdient es. Ich wollte das beste für dich. Meine Mutter, deine Mutter, hat mir viele Dinge gemacht. Und sie hat mir auch gesagt, dass sie nicht Menschen vertrauen, weil sie Angst haben, wie ich. Scheiß Menschen. Ich vertraue niemals Menschen. Hey, oba da 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 da. Die geilen Wandteppiche, Mann. Jetzt hör auf, meinen Arsch zu klappen. Okay, Joke, das war niemals. Das war ich selber. Wenn ich hoch und runter hüpfe, dann klatschten meine Arschbacken gegen meine Oberschenkel. Oh, da ist ein Messer. Wer bist du? Wer bist du? Boah, aber das ist schlecht. Okay, wir kommen nicht raus. Weggesiegt. Das war ganz klar kreativ. So, was mache ich jetzt mit dem Messer? Come on, turn on. Mannequin, da ist sie. Da ist die erste Mannequin. Aha, okay. Taking out the gun for the Rizzler. Ich komme nicht mehr raus, ne? Da steht ja diese Puppe. Was ist das? Ist das Luca? Ist das die Puppe, um die es geht? Ich bin hier. Bitte hilf uns, wir sind hier. Die ganzen toten Menschen in diesem Dorf sind wahrscheinlich nicht ins Jenseits übergegangen und die sind immer noch hier in diesem Dorf. Und vielleicht können wir denen irgendwie helfen, dieses Reich zu verlassen und die wollen unsere Hilfe. Aber nicht alle sind vielleicht so nett und wollen nur Hilfe, sondern manche wollen vielleicht auch gar nicht gehen und wollen lieber hier bleiben. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 5. 5. 6. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 7. 7. 7. 7. 8. 8. Die Stimmen sagen gerade auf Russisch, komm her, die rufen mich. Die sagen hierhin, komm hierhin, komm zu mir. Okay, Prisoners. Sind die ganzen schwarzen Flecken auf den Puppen quasi da, wo die Menschen abgestochen wurden? Luca ist durchgelaufen durch dieses Dorf mit seinem Messer und hat alle abgestochen. Six kids bullied me. They mocked me because I was too kind, because I'm not like everyone else. They were involved in the murder of my brother, a mother. I was able to punish five people. They wanted so much to go home to their mom and dad. I let their parents find the children on my doorstep, but what they saw, they couldn't believe their eyes. Their children were mutilated. Now they are going to suffer just like me. Die haben sie so hart gemobbt, dass sie sogar ihre Mutter umgebracht haben. Die Kinder? Die Kinder haben die Mutter umgebracht? Da ging der Streich aber ein bisschen zu weit. Der ist das scheiß Vieh. Nicht weini. Okay. Was für ein satanisches Ritual wurde hier durchgezogen. Mit Alkohol. War wohl gleichzeitig auch eine Party. Das Ding so ein Voodoo-Shit? Womöglich. Hier mit dem hier. Hübsche Puppe. Danke, dass das so authentisch wie möglich Streams, Keggy. Ist das sarkastisch gemeint? Ich hab nur einen Zettel hochgehoben. Da ist einfach ein ganzer Schrank zusammengekippt. Dear Son. Don't be afraid of death. Death is rebirth. You've done a lot. A new stage has arrived. Let them think they've beaten you. It will destroy them. Okay, dann ist dieses komische Viech, was hier rumläuft, die Mutter. Die Mutter war vielleicht eine Hexe oder so. Hallo? Hallo? Ah. Okay, keine Ahnung, was das war. Das war der Hexenfluch, ne? Der hat mich verflucht. Come here, don't be afraid. Come here. Ja, das haben die ganze Zeit gesprochen vorhin. Ohne Untertitel. Kinder lachen? Aber wieso diese zwei verschiedenen Puppen? Es ist einfach nur... Also hat das einfach keine tiefere Bedeutung, oder? Was wollen die damit sagen? Die Puppe schon wieder. Die vom Dachboden. Hey, Mango Cat. Ja, ja, okay. Wo? Wo? Ich bin eingesperrt. Da ist was. Oder? Hier hat das kleine Kind geschlafen, das gemobbt wurde. Oder vielleicht alle haben hier. Das ist ja irgendwie Kindergarten oder so. He cut out our tongue and sewed up our mouths so we couldn't scream. He wanted us to play with him. We asked to go home, said we were sorry. But he replied that the time would come and the parents would see us again. Ah, okay. Also die Mobber-Kinder wurden hier festgehalten. Die Zungen den rausgeschnitten und der Mund zugenäht. Aber von wem? Dieser Mutterhexe? Das Kind, das gemobbt wurde? Das wohl die Bestrafungskammer oder so. Oder ist dieser Luca diese Puppe? Ist er das Monster? Normale Bestrafung so. Wald, auch so. Scheiß Vieh auf dem Boden schon wieder. Ist was geändert? Buch, Necronomicon. Ja, irgendwann haben wir wirklich alle Sounds durch. Irgendwann gibt es sogar keine Sounds. Er hat die ganze Soundbibliothek durchgeballert schon. Ich brauche eine Leiter, eine Tolle und Kandles. In order to perform the ritual, take a doll, a book, Kandles, a Leiter. Burn it in a circle and then burn the house down. Okay. Hier war der Leiter, den habe ich schon vorhin gesehen. Da. Okay. Die Puppe saß hier. Die ist aber jetzt weg. Und dann, ah, hier sind die Kerzen. Hier platzieren wir die dann wahrscheinlich. In die Mitte die Puppe. Das ist eine dumme Scheiße. Oha. Kidd hat sich erschreckt. Nice. Eins von vier. Hier ist die Puppe. Das hat man schon gelesen, ne? Äh, Kerzen, Buch, Puppe, Feuerzeug. Buch haben wir hier aufgehoben. Vorne. Also haben wir jetzt alles. Sprech von dem. Kann ich jetzt anfangen? Ich kann anfangen, okay. Ich kann anfangen, okay. Ich will nicht anfangen, okay. Ich bin nicht anfangen, okay. Ich bin nicht anfangen, okay. Ok, wir müssen wohl, ähm, das Benzin hier noch finden. Ich kann noch nicht raus. Ich komme hier aber nicht wieder durch, die Türen sind zu. War in dem Ritualzimmer noch irgendwie ein Kanister? Endlich Bahnstiftung, ja man. Jemand hat vorhin, aber als wir die Sachen zusammengesammelt haben fürs Bingo, hat auch jemand geschrieben Feuer. Empty. Hatte ich überlegt reinzunehmen. Ist fast reingekommen. Ja, ich habe Feuer geschrieben. Ja, ich habe Feuer nicht reingenommen, weil ich mir dachte, dann geht die mir ja wieder alle auf den Sack mit... ...wenn wir irgendwie eine Kerze finden oder so, dann so, Feuer! Wenn ich einen Feuerzeug in einem Horrorspiel habe, Feuer! Ich bin ein Schiff. Es ist leer. Ich bin ein Schiff. Ja. Tonight! Set the world on fire! Okay, I'm counting to six. Wir sind fertig, Chad. Wir sind fertig. Ich habe keine Ahnung, wieso wir hier waren. Ich habe keine Ahnung, wieso wir das gemacht haben. Aber wir haben es geschafft. Das Drecksloch ist niedergebrannt. Der Dämon ist verbannt. Wir können wieder nach Hause. Junge, jemand hat auch schwarze Katze geschrieben und ich dachte mir, wieso sollte eine schwarze Katze vorkommen? Okay, ist keine schwarze Katze. There is a telephone connection. Mein Name Draghi. Hallo, Rescue Service. Was ist mit dir passiert? Hallo, ich sehe ein Haus, in einem abannten Stadt. Call the fire department. Ich werde jetzt erklären, wo ich bin. Grieche. Ich habe kurz gesehen, ein Blogger. Er hat gesagt, dass er nicht glaubt in nichts Paranormals. Er war in Houses, wo, according an eyewitnesses, was etwas passiert. Aber er hat keine Ahnung, bis zum einen Tag, er hat einen Abandoned Pionier Camp. To be honest, I didn't believe him. I thought that everything he filmed was staged. But now, after everything I've seen and experienced, I realize that the word is not as simple as it seems. And we are not alone. Entities are always nearby. And until you see it for yourself, you won't believe it. I do not know, why I decided on this ritual. I wanted to run. But something inside me demanded to put an end to all this. As a result, I realized that I was in this place for a reason. But I have no idea, what lies ahead for me. Boah. Boah, das war epic, Digga. Das war epic. Ja, das war schon scheiße. Schon das beste Spiel bisher. Ja, es war ganz lustig, es war ganz unterhaltsam. Aber es war schon echt sehr generisch. Hallo? Ja, es war ein bisschen, es war ein bisschen over the top mit den Sounds, ne? Als er sich irgendwie eine Soundbibliothek gekauft und einfach alles rausgehauen, was es dort gab. Es hat wirklich noch irgendwie so ein Furzgeräusch gefehlt oder so. Es war alles einfach dabei. Ja, das war I'm counting to six. Und gehen wir kurz mal zum Bingo rüber. Wir hatten auf jeden Fall ein paar Dinge gehabt. Wir hatten Kinderlachen, wir hatten Lichtflackert, wir hatten TV geht an, wir hatten Klopfen am Fenster, ich habe nicht geschrien, Puppen gab es, Telefon klingelt. Assetflip? Äh, ich weiß nicht, war das Gebäude ein Assetflip? Mir kam es nicht, also ich kannte es nicht. Türknall zu, haben wir dabei. Stimmt hier. Also das Haus sah schon etwas einzigartiger aus. TV Jumpscares gab es nicht, Spiel actually gut, ne? Auto geht nicht an Vollmond. Ja, das war's, ne? Nein, das ist kein Folterwerkzeug, der Käfig. Das lasse ich nicht gelten. Ja, das waren schon viele. Also wir haben schon eine Reihe mehr als die Hälfte fertig. Und die Diagonale? Oh ne, ich dachte, das passt hier mit dem hier. Ja, für das erste Spiel ist not bad, ne? Ich geh mal kurz Balkon zumachen. Ist arschkalt. Ja, ich geh mal kurz ab runway. Wenn da die Prozent Ganb spacecraft zurück uwagę. Naああ. Hey. Were you gemacht? Erst. Eli. Ihr your last. Sehr klar nicht. Nein. Hat jemand Biakko gesehen? Er liegt im Bett. Ich habe beim Klopfen geschrien. Wo, Klipp? Ich habe doch nicht geschrien. Ich habe nur die Kopfhörer runtergerissen, aber ich habe doch nicht geschrien. Wo, Klipp? Ich habe nicht geschrien. Nee. Zeig, Klipp. Du hast mir ein Game gegiftet? Wir sind befreundet? Tatsächlich. Sie haben ein Geschenk anhalten. Oxide. Room 104. Das kommt mir sehr bekannt vor. Hatten Sie das nicht schon mal gespielt? Das kommt mir sehr bekannt vor. Habe ich das mal refundet? Ich habe es auf der Wunschliste gerade. Ach, das war das Game. Hatten das beide auf der Wunschlist? Ist, glaube ich, ziemlich kacke. Ja, ich glaube, ich habe es damals wahrscheinlich nicht gespielt, weil die Rezensionen so ausgeglichen waren wahrscheinlich. I guess. Ich habe es auf jeden Fall auf meiner Wunschliste. Kam ja letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr raus. I don't know, wieso ich es nicht gespielt habe. Aber gut, kommen wir zum nächsten Spiel, Leute. Aber Moment, erst mal hier der angebliche Jumpscare. Wo ich geschrien habe. Oh mein Gott! Das ist doch kein Schrei. Ich sage einfach nur, oh mein Gott. Das ist doch kein Schrei. Ich sage einfach nur laut, oh mein Gott. Das ist, was ist denn Schreien? Dein erster Freitags-Stream? Wie oft ich freitags rumschreie. Aber das ist doch kein Schreien. Das ist einfach nur, oh mein Gott. Das ist doch kein Schreien, Leute. Wo ist das denn ein Schreien? Oh mein Gott! Das war nur ein fucking, oh mein Gott. Was für Kegi, bitte. Wenn ich laut rede, ich rede gerade laut. Ist das Schreien oder was? Paul. Nein, Paul gibt auch keinen Sinn. Weil alle Believer dafür voten. Egal, ob es stimmt oder nicht. Was schreist du uns an? Wir brauchen jemanden. Hier, Deschke. Deschke hat bei der Gamba nicht teilgenommen. Deschke. Deschke, ist das ein Schrei für dich? Oh mein Gott! Schrei ich für dich. Nein. Okay, dann haben wir es. So. Okay. Kommen wir zum nächsten Spiel. Hm. Hier. Ja, dieses Scheißklopfen. Ich hasse es auch, Mann. Äh, okay. Gibt es das auf Twitch? Wie schnell bist du im Geld schicken, Kegi? Was? Also, mit Deschke. Ha 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 ha. Ich glaube, das spielen wir nicht. Nicht, weil es scheiße ist, sondern ich glaube, das war etwas länger. Ich erinnere mich, gerade, wo ich das gesehen habe. Ich glaube, das war ein bisschen länger. Ich glaube, das war so ein 3-4 Stunden Game. Das ist ein bisschen was Größeres. Das machen wir wann anders. Ja, er sieht ein bisschen goofy aus, aber es soll wohl ganz nett sein. So, wer ist das Game? Hat die Klappe escaped. Danke schön, Luke. Okay, let's go. Cursebound. Das Menü ist schon mal stark. Was sind das denn für Preise? Diese Schweine. 3,02 Euro für Diesel. Das Spiel kennen wir doch. Beware the dark. Die Tankstelle kennen wir? Mir sagt die gerade gar nichts. Was? Oh, wow, 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 wow. Oh, wow. Okay. 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 hello is someone there can you hear me you don't have much time left der war nicht vorher da oder der ist neu kassi raccoon alle furries rasten jetzt aus boah ist der geil den würde ich ficken alle rasten aus direkt im chat gassi ist der gassi raccoon jeez gassi you stink gas station so ein geiles maskottchen das magenzeichen von maskottchen ist es stinkt und immer wenn das maskottchen auftritt dann stinkt es das kommt einfach nur rein in den raum wo das stinkt einfach nur fürchterlich und alle so ach gassi durch den stets und geht es online und dann geht gassi wieder where are you going looks like it's just going to be us three tonight and you get paid per task you complete so get to work drei ach da ist der dritte okay wir haben den ventar ist empty ich habe 100 platz platz okay wir haben schon mal eine taschenlampe links für physiken dass man was hochheben kann kommen jetzt irgendwie gäste und ich muss die betanken okay okay Stock shelves, take-out trash, sweep floor. Ich hab halt keinen Besen oder so und ich hab keinen, keine Waren, die ich da hinlegen kann und da drin liegt auch kein Trash im Haus. Ist das Augen? Was? 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 Every sensation feels real And every adventure awaits Entwickler, wenn sie über Neue VR-Technologien reden Während Während die User bei neuer VR-Technologie Alle denken Boah geil, Pornos Und dann kann ich Einfach Pornos gucken As you step into their office today You're stepping into the future Since it's your first day You will have the opportunity To try out a demo Of the virtual reality experience In advance Allowing you to familiarize yourself With the technology you'll be working with In the future Thank you for joining Neural Net Solutions And let the adventure begin Okay, das ist die VR-Box Boah Das ist die VR-Fahrung, Chad Let's go Der hat sich das Gerät jetzt gekauft Ja, okay Wieso sieht das jetzt schon so ranzig aus? Hat das gebraucht Und gekauft Bei kleinen Anzeigen Das ist vielleicht das Problem Das ist ein gebrauchtes, ranziges Ding Und deshalb ist es schon irgendwie kaputt Und wir erleben jetzt So einen Horror-Trip Okay Virtual Descent Hello Recruit Welcome to Neural Net Solution Virtual World Before we get You started on your assignments Here is a short tutorial On what you can do Inside the virtual simulation You can press E Okay, okay Platz haben gesagt Nein Haben Leute, die Platzangst Angst Äh, Platz Haben Leute, die Platzangst Haben eigentlich auch Angst Vor Solarium? You can also pick up objects Like this key Okay Nice Wobei Solarium-Boxen Gehen ja, glaube ich Nicht ganz zu Also Ich glaube Früher war das so Dass sie zugegangen sind Aber mittlerweile Sind das so C-förmige Röhren Wo du dich reinlegst Und dann ist immer Die Seite Immer komplett offen Ja, es gab das so Bei Final Destination Ich muss immer bei Solarium An Final Destination Denken Huuuuhh Let's gooo Let's gooo It's a leap Into a future Where dreams Beat reality We extend our Heartfelt Thanks for Choosing to Embark on This extraordinary Journey Alongside us Your inaugural day at These carefully designed moments offer a taste of the canvas that you'll help paint in the days ahead and remember should you encounter anything noteworthy or wish to share your insights our dedicated staff is always at your service Okay None of this breathtaking journey would have been possible without our dedicated teams relentless pursuit of excellence And at the pinnacle of our innovation stands M-Man Our groundbreaking award winning artificial intelligence Vier Augen Das ist der M-Man Ich hab hier irgendwie nur auf die Augen gesehen Geachtet Ich hab ihm nur in die Augen geschaut Er hatte noch drei Nasen und zwei Münder Ich war zu sehr auf die Augen fokussiert Und hab die ganze Zeit an Pac-Man gedacht Dann hat mein Gehirn nur Waka 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 gemacht Die Bank Die Bank Aber worry not While M-Man may be in control of your experience We have added extra security measure to make sure that no harm can come to you while inside the simulation Step forth into the realm of Indian lost movies Die Boys gucken mich mittlerweile an Whether scaling majestic peaks Or diving into uncharted realms Your journey through neural net solutions virtual vacations begins here Embrace the future Where every adventure is yours to explore Wir sind zu laut Sie wollen das nicht sagen Nein, die gucken mich eigentlich an Weil ich gerade Ich hab gerade gebubst Ich hatte vorhin ein Eiweißshake Das stinkt jetzt mies da drin Okay Wir sind angekommen Die virtuelle Realität Steht uns jetzt schon komplett offen Da ist meine virtuelle Familie Hey Dad Hey Mom Wo ist Jeremy Ist Jeremy schon da? Mom, Dad Hey, hey, hey Karen Dear worker Welcome to our virtual vacation resort As a valued member of our testing team You have a unique opportunity to shape this extraordinary experience Your expertise and observations are crucial in perfecting this virtual paradise Please document any glitches or Nein You encounter during your expeditions Leute Ist das Exit 8? Wenn mir gleich gesagt wird, dass ich immer wieder von neu starte, wenn ich etwas übersehe Game is saving Okay, nee Scheint nicht diese Formel zu haben As this is your first day in the company We want you to experience what we will offer to the public once our virtual vacation resort opens The testing room contains a teleporter and every time we have an activity ready for you It will appear in this room in the form of a floppy disk You can insert the floppy disk into the player at the back of the room to start the activity When you finish, we will ask you to fill out a satisfaction survey Okay Dann rein damit, oder? Nein.. Nee.. No.. Nein.. Nein.. The escape of reality Kritik. Verstattung nicht in die Welt. Verstattung nicht in die Welt. und redet sechs minuten und nonstop am stück bisher ganz interessant ok, wir sind jetzt der Realität entflohen und sind jetzt in irgendeiner Bücherei oder so oder was ist das nee ich verstehe diese Leiste da unten nicht wieso ist diese Leiste die ganze Zeit da unten also in Virtual Reality würde ich mich vielleicht auch massieren lassen ok 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 Ich glaube, wir haben einen Glitch gefunden, Leute. Oh, jetzt ist der Balken gestiegen. Das sind die Glitches, die ich sammeln muss. You can pick up CDs to upgrade your stamina. Press Shift to Sprint. Okay. Oh. Okay. Ist es jetzt weg? Das ist meine Ausdauer. Oh, ist das so ein Fluchtspiel? Muss jetzt die ganze Zeit weglaufen? Ich werde gleich von Glitches verfolgt. In der virtualen Realität. So, der VIP-Raum war rechts, ne? Da können wir die VIP-Massage. Mit Happy End. Das ist ja so ein Ding, ne? Bei Massage... Wie sagt man? Salons? Massage? Kiosk? Massage? Nee, wisst ihr schon, was ich meine? Da, wo man hingehen kann und sich dann professionell massieren lassen kann. Dass sie dann auch oft angeben, dass es kein Happy End gibt. Wo ich mir dann denke, wenn sie das ja angeben, dann gibt es ja wirklich viele Idioten, die das dann da fragen, ne? Oh mein Gott. Ich dachte gerade, du meinst, angeben, wie in sich damit profitieren. Nein. Dass sie das in ihrer Anzeige oder so sagen. So, yo, bei uns kostet die Massage 18 Euro für 20 Minuten. Und dann in Klammern, ohne Happy End. Das heißt, es gibt aber auch Salons, bei denen es gang und gäbe ist. Nee. Ich glaube nicht. Ein Physiotherapeut... Ein Physiotherapeut, das ist ja nicht sein Job vom Physiotherapeuten, dass er sich einen runterholt. Er massiert nicht deinen Cock und deine Eier, sondern dein scheiß Rücken. Was ist das? War das eine riesige Hand? War das eine riesige Hand? Junge, ich rede gerade über Pimmel massieren. Auf einmal kommt eine riesige Hand. Okay, wir sind ja auf, wie auch mal in den Silent Hill, Leute. Der Glitch der Virtual Reality ist, dass du im Silent Hill bist. Und du kannst aus dieser Box nicht entkommen, aus der Virtual Reality. Du kannst nicht einfach alte 4 drücken. Und ich möchte nochmal bedanken, für deine wertvolle Beiträge zu unseren Testen. Ich habe eine Karte. A critical issue has recently emerged in one of our virtual vacation resort areas. The situation has escalated beyond previous occurrences in terms of both frequency and severity of glitches, which is a cause for concern. While it is not uncommon for minor glitches to occur in virtual environments, the occurrence situation demands immediate action due to the surf severe disruption. Swift AI adjustments are necessary to restore normal operations. Das ist hier so ein AI Silent Hill. Ich kämpf gleich nicht gegen... Ich kämpf gleich nicht gegen hotte Krankenschwestern, sondern gegen hotte KI-Krankenschwestern. Ich kann die Bilder... Wahrscheinlich muss ich Bilder sammeln und dann hier platzieren und dann öffnet sich die Tür, ne? Aber trotzdem Furzgeräusche, oder? Ich hoffe. Alice the Queen, Dankeschön für 16 Monate. Vielen, vielen Dank. Ich habe nicht so viel Ausdauer, Digi. Die Eieruhr. Ich habe irgendwie viel zu viele Wege. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Seht ihr diesen komischen Schleier? Das Spiel hat irgendwie so einen komischen Schleier, oder? Da ist ein Bild. Irgendwie so manchmal sieht man das so irgendwie so an... Hier zum Beispiel sieht man das. Wie so ein komischer Schleier. Okay, wir sind jetzt eine Runde gelaufen. Da. Seht ihr das? Der sieht irgendwie cool aus. Hier auch an der Tür. Seht irgendwie cool aus. Ah, okay. Ich habe mit dem Bild die Tür geöffnet. Und weil ich das Bild jetzt woanders platziert habe, ist die Tür jetzt zu. Kann ich ein bisschen mehr Ausdauer haben? Das heißt, wir brauchen das Bild hier. Okay, Rätsel. Room Escape hier jetzt auf einmal. Escape Room, nicht Room Escape. Ich weiß nicht, wie wichtig es ist, dem Hellen zu laufen. Ich weiß nicht, ob ich dann irgendwie sterbe, wenn ich im Dunkeln laufe oder so. Ich bin kurz weg, auf einmal sind wir in Silent Hill. Ja. So, hier das Bild. So. Und wir haben ja hier die Map. Die Karte. Na, hier habe ich das Bild genommen. Und hier brauche ich wohl irgendwie... Also das ist das hier und das da. Hier brauche ich wohl irgendwie blaue. Vielleicht irgendwie andere Bilder. Dass das sich öffnet. Aber jetzt haben wir das Ding. Jetzt können wir... Hör mal, hier ist so ein Ausrufezeichen. Das ist wahrscheinlich, wenn ich im Dunkeln hier durchlaufe, dann passiert irgendwas krasses. Aber ja, ich muss dann jetzt mit dem Bild könnte ich zum Beispiel jetzt diese Tür hier öffnen und das Bild rausnehmen. Ich weiß nicht, ob ich beide Bilder tragen kann. Aber ja, wenn ich... Ich kann halt das Bild auch hier hinpacken und dann könnte ich auch hier lang. Okay. Ich denke mal, ich muss einfach nur zwei Bilder hier hinbringen. Wollen wir ja herausfinden, was im Dunkeln passiert? Ne, ne? Haben wir Angst. Haben wir Angst, ne? Da kommt bestimmt diese böse Hand. Ich habe keine Angst. Du bist auch viel zu krass. So, ja, es ist dasselbe Bild. Okay. Okay. Das heißt... Ähm... Ich... Gehe jetzt hier einfach zurück. Platziere das hier hin. Gehe wieder zurück. Hol dann das hier. Und dann gehe ich wieder zurück und platziere das hier hin. Oh, dann geht die Tür zu. Ah! Das heißt, das Bild kontrolliert die Tür und die Tür. Wenn das Bild hier drauf ist, geht die zu, aber die geht auf. Das heißt, ich nehme jetzt das Bild hier raus und platziere das dann, I guess, hier hin. Dann geht das hier auf. Dann hole ich das Bild. Dann geht das hier auf. Ich renne oben lang. Kann dann das hier hin platzieren. Dann geht das hier auf. Dann renne ich durch. Hol das wieder zurück. Renne wieder zurück und habe beide. Okay. Äh... Ich glaube, ich kann nicht beide schleppen. Sonst wäre das zu einfach. Also... Wäre ja kein Rätsel, oder? Nee, aber das bringt mir trotzdem nichts, beide zu haben. Ich komme ja nicht zurück. Weil wenn ich jetzt beide habe... Nee, Moment. Das... Das Bild da hinten kontrolliert die Tür. Das heißt, wenn ich beide habe, dann kann ich hier nicht mehr zurückgehen. Aber ich könnte jetzt eins hier platzieren. Dann gehe ich durch. Platziere hier eins. Dann geht es hier auf. Dann gehe ich durch. Ja, okay. Der Plan bleibt bestehen. Ey, breit vom Kopf. Was geht ab? Crazy Rätsel. Diese kurze Ausdauer, ne? Diese kurze Ausdauer, ne? Aber wenn ich jetzt gerade nur so wenig Ausdauer habe... Und man ja mit diesen CDs immer Stück für Stück mehr Ausdauer bekommt... Kann es sein, dass das Spiel recht groß ist? Äh, ich mache Videos. Ich habe nie aufgehört. Ich habe einen neuen Kanal. Kam erst vor vier, fünf Tagen ein neues Video. So. Zack. Und zack. Glitch geschafft. Outstanding work, esteemed Team member. To continue with your vital contributions, please grab the next floppy disk. Oh. Okay, das war Glitch Nummer eins. Dass wenn du irgendwie Urlaub machst in irgendein komischen Gebäude... Dann glitscht das manchmal so hart aus, dass du in Silent Hill landest. Das wollen sie nicht. Oh, wir können... Jetzt kommt eigentlich Virtual Reality Porn. Jaaaa! Geil. Das spezielle jemand... Endlich ficken. Okay, vielleicht doch nicht. Okay. Das ist der Liebestunnel. Irgendwie kommt mir die Musik bekannt vor. Ich glaube das ist ein Free... 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 Reality Free Song. Ja, genau. Reality Free... Ja, genau. Da kommt gleich ein Jumpscare-Man, oder? Da kommt gleich ein Jumpscare-Man, oder? Das ist diese Tunnel mit der Maus, fahr mit der Maus durch den Tunnel-Jumpscare. Da kommt gleich ein Jumpscare-Man. Und? Scheißegal, ich gehe weiter. Geile Zuckerstangen. Bad Ending jetzt! Hier ist die neue Karte. Einfach Rennbahn. Vielleicht hast du eine CD bekommen. Du hast recht. Ich gehe weiter. Ich gehe weiter. Was, wenn du jetzt keine CDs bekommst, ich werde schon irgendwas bekommen. Das wird nicht einfach nur irgendwas Unnötiges hier sein. Das ist ein Videogame. Alles hat seinen Sinn. Das wird nicht einfach. Das sah so kurz so aus, hätte ich es noch verkackt. Als wäre es vor der Ziellinie noch runtergefallen. Also ja, ich gehe mal dann aus, in jedem Glitch kriegt man eine CD. Das heißt, wir werden jetzt noch vier weitere Rätsel haben. Der Schwan. Count to six. Ich bin alleine in einem Liebestunnel. Das ist ein Das ist ein Komischer Liebesdun, ich würde hier mies rummachen Da steht ja noch ein anderer Enter Willst du die geile haben, oder nicht? Jawohl Willst du den Stecher haben, ja oder nicht? Jawohl Ihr seid nun zusammen verheiratet Oh, direkt geht's zu den Kindern Huch Was ist mit dem passiert? Arbeitsunfall Oh, das ist ein krasser Arbeitsunfall Wenn Kegi und Jaso heiraten, werde ich all den Kartoffelkretoren vom Buffet beanspruchen Vorher kacke ich da rein Um die in eine Falle zu stellen, weil ich weiß, dass du es nur essen wirst Das wäre geil Da sitzen Leute, während hier Leute im Liebestunnel vorbeifahren? Was ist das für eine perverse Scheiße? Aha Sicherungskasten Wir sind schon eingeladen, oder? Auf gar keinen Fall Auf wie viel von euch haben hier schon geheiratet? Alle War ich auf irgendeiner Hochzeit von euch dabei? Nein Wieso soll ich euch einladen? Wenn ihr so gemein zu mir seid Okay, wir haben Glitch gefunden Die Tür glitcht Because of the AI's self-awareness nature, it decided to take the form of a white man with white clothes and a bowler hat It might have something to do with his old self Also, this time, Project M-Man seems to be the most obedient compared to all of our previous attempts Also named M-Man Okay Okay Aber tut die AI uns irgendwas Böses? Oder sind wir Freunde? Hey, Carl Okay Lost and found Wieso ist es aber immer so dunkel? Vorher war es nicht so dunkel Der hat vorher nämlich nicht angeguckt Es ist Madison, ja gleich kommt Blue Knees Was? Das ist so ein Scheiß-Puppe-Chat Das ist so eine Scheiß-Verfolger-Puppe variable wird bei dieser Seite Fertirisch! Ist er das? The Washington Post Paving the path to AI consciousness in a significant milestone for the field of artificial intelligence neural net solutions a pioneering company at the forefront of AI research has been awarded a prestigious prize in recognition of their groundbreaking advancements The Collade not only celebrates their remarkable achievements in the AI domain but also fuels speculation about the possibility of creating the world's first AI consciousness The distinguished award presented by the International AI Association highlights the company relentless pursuit of excellence and developing state-of-the-art neural networks and machine learning algorithms Their tireless efforts have pushed the boundaries of AI technology bringing us closer to realization of sentient machines a concept once relegated to the realm of science fiction die AI is real chat Ich gehe dann einfach ne? Da rein Aber ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen was Größeres, leider Oh, wir sind wieder hier Aber ich mag es I like But I think it's very big Um Ich kann ja nicht so schnell sprinten, was soll ich denn machen? Der siegt sich rein! Wo geht es denn hier weiter? Der passt hier nicht rein, oder? Der scheiß Pfeil Aber hey, wir sind wieder in Silent Hill Scheiße Scheiße! Das ist so... Das war's für heute. Yo, Sivena, was für ein Film? Sag, bevor du gehst. Achso! Das sieht hier riesig aus. Warum ist das actually gut? Ja, ist echt nice. Immaculate. Noch nichts von gehört. Aber viel Spaß, man. Eigentlich brauchen wir auch eine Bingo-Silent-Hill-Referenz. Was ist dieser Bass? Wenn ihr jetzt gerade so eine Soundanlage habt, Alter, da freuen sich die Nachbarn, oder? Jetzt ist er weg wieder. Geht? Mein Kopf hat gerade mies gedröhnt. Geht? 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 Ja. Geht? Das dreht sich gleich und dann gibt's hier so einen Sog nach oben und dann müssen wir fliegen. Währenddessen der Kettensägenmann versucht uns in der Luft zu kriegen, weil er auffliegt. Das ist aber so ein Kampf in der Luft. Okay, wir sind wieder zurück im Liebestunnel. Ja, das war's. Die Outstanding Work. Die können mit deinen vitalen Beiträgen zusammen. Bitte, grab den nächsten Floppy-Disk. Das war ein Lampel. Das waren Kinder. Keine Liebe mehr, aber vielleicht kriegen wir jetzt was anderes, was besseres als Liebe. Come with us, on a secluded stroll, through one of nature's finest. Come with us. One of nature's best kept secrets. Come with us. Come with us. Come with us. The escape of a lifetime. Come with us. Okay, kriegen wir jetzt ein Zuglevel? Jetzt Tü-Tü-Charles, let's go! Man, diese fucking Sprintmechanik, ich hasse das. Das ist das Schlimmste an dem Spiel, diese dumme Sprintmechanik. Ach, komm! Okay. 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 Vor allem, ich glaube, du kannst es auch nicht komplett ignorieren, das nicht mitzunehmen, weil wegen den Bösewichten, den Glitches, der AI, man muss ja von der, glaube ich, immer weglaufen. Dass es dann ab einem Punkt vielleicht zu schwer ist, mit wem ich ausdauere. Ich kack mich ein, ich sitze in meinem eigenen Stuhl, es ist so warm, es ist so glitschig unterm Arsch. Ich kack mich ein, ich sitze in meinem Stuhl, es ist so glitschig ein, ich sitze in meinem Stuhl, es ist so glitschig ein, ich sitze in meinem Stuhl. Was ist das für eine Scheiße? Oh, Foto. Muss zwischendurch einfach mal random rumschreien, damit Kids sich erschreckt und der Counter hochgeht, ne? Fürs Bingo. Ey, let's go, let's go! Einfach das Jumpscare Add-on anmachen. Deine Schreie zählen nicht. Wie? Meine Schreie zählen nicht. Erschreckt ist erschreckt. Das ist ja ein Ketten-Jumpscare. Ich werde vom Spiel Jumpscare erschreckt und du erschreckst dich wegen mir. Das ist ja dann ja auch so gesehen, zurückführend, vom Spiel aus gelöst. Das war der weiße Mann. Habt ihr ihn gesehen? Das war der weiße Mann. Das ist die A.I. Das ist die A.I. Das Brett ist weg. Kid ist ja gegen das Bingo. Wieso wird er beauftragt? Ja, weil ich ihm vertraue. Dass er das ernst und macht. Ernsthaft, äh, ernsthaft macht, ähm, gewissenhaft macht. Er hat uns zugemacht. Manchmal muss man einfach Vertrauen in die Menschheit haben. Wir dürfen keinen Zug fahren. Wieso ist das so riesig? Und wieso haben wir schon halb zehn? Wer hat die Zeit geklaut? Wer war es? Wer von euch war es? Ihr Schweine. Ich kann nicht schneller spielen. Meine Ausdauer regeneriert zu langsam. Okay. Cooler Sound mit Pissgeräuschen. Cooler Sound mit Pissgeräuschen. Wow. Let's go. Cooler Sound mit Pissgeräuschen. Bye. 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 Ich muss auf die Gleise. Der Zug kommt jetzt, oder? Also wenn das Prozedere sich wiederholt. Dann wird gleich wieder ein mieser Jumpscare kommen mit irgendeinem Viech, das mich verfolgen wird. Das ist ja immer mies ekelhaft, dass du aufmachst, du siehst nichts, was da drin ist, dann musst ich jetzt erst mal ein Foto machen. Das ist schon ekelhaft. Den sieht man. Entweder besetzt, oder das ist diese typische Abstellkammer, wo dann die Besen und so drinstehen. Oh mein Gott! Holy shit. Das war der Typ. Das war die AI. Der Bait war aber schon nice. Der Bait war nice. Was habe ich da jetzt gerade eingesammelt? Was habe ich da eingesammelt? Nichts. Du hast Tonband angemacht. Ach, das hängt immer noch da. Das war's. Gutes Tonband. Das war's. Gutes Tonband. Ich habe auch schon vorhin bei einem anderen Jumpscare geschrien. Das Bingo fällt es schon längst durch. Schon wieder poppen. Aber wer wird gleich hinter mir herrennen? Ich musste wieder vor irgendwas weglaufen. Erst die Hand, dann der Mann mit der Kettensäge. Wer ist es hier? Eine Waschmaschine. Eine Waschmaschine wird mich gleich verfolgen. Da ist ein Baby drin. Ah! Das ist ein starkes Baby. Das bringt dir das ganze Ding zum Wackeln. Diese Türen sind so scheiße laut. Das ist auf dem Weg. Das ist der Grund, dass diese Brücke immer wegkriegt und jedes Mal versuchen wir es zu fixieren, es sich wieder zerbricht. Wenn du den Brücke überraschst, schau die Kraft aus. Erstens wird alles elektroquiert. Das tun auch die Lichter, also gut mit dem Glück. Ah! Ah! Ja, na dann! Ja, na dann! Wo mache ich das Licht aus? Boah, dieses Baby! Wo ist der Stromkasten? Ah, hier. Ich bin tot, 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 tot! Wieso steht auf einmal das Ding davor? Ich bin tot, 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 tot! Holy shit! Was ist das? Vielen Dank. Hier ist dieses ekelhafte Bassgeräusch, ne? Dieses Drücken auf dem Ohr. Habt ihr jemand gehört? Das war's für heute. Boah, ich dachte, da steht einer. Das ist das Graffiti. Ich dachte, das weiße Graffiti ist jemand, der um die Ecke guckt. Oh shit, bin ich scheiße. Was muss das sein? Können wir für heute einfach aufhören, Chat? Ist okay, haben wir aber Biko leider wieder nicht geschafft. Wir hören für heute auf. Ich mag das Game nicht. Ist ein doofes Game. Lass was anderes spielen, Chat. Scheiß auf Bingo. Ich lösche das Bingo einfach. Und ich lösche auch die Gamba. Scheiß auf die Punkte. Die krieg's ja alle wieder zurück. Ich lösche das Bingo. Wieso atmet der nicht mehr aus? Chat, er atmet nicht mehr aus. Er hat nur eingeatmet. Er atmet nicht mehr aus. Das war die KI. Das war die scheiße AI. Das war die scheiße AI. Ich lösche das Bingo. Ich muss meine Kamera zurücklassen. Meine Kamera ist weg. Krieg ich eine Taschenlampe? Ein Feuerzeug? Eine Glühbirne? Eine Öllampe? Eine Kurbeltaschenlampe? So ein Jojo, das Disco-Licht hat, wenn man es runterdreht? Ein Flummi, der bunt aufleuchtet, wenn du ihn wirfst. Irgendwas? Hockey! Wir haben wieder Licht. Steht da auf blutisch. Ich war im Blutkult, ich weiß, was da steht. Das ist hier, ähm... Oddworld-Rätsel? Muss ich erst den Song finden? Sag es, Show-Vibes. Ich hab jetzt Messer? Ach, das ist fleischig. I will be reborn once more. A new vessel. It seems like there is a complete breakdown in communication channels with the organization. I find myself unable to leave from the ongoing simulation. Something is trying to trap me inside of it. Oh, okay. Die AI versucht zu entkommen. Und sie braucht dafür einen Menschen, den sie vielleicht hier in der Welt einsperrt. Das sind gar keine Glitches. Die AI versucht mich hier zu trappen. Hat das der Kettensägenmann geschrieben? I don't know. Auf jeden Fall irgendjemand, der hier schon mal war. Das habe ich krass gerade hergeleitet, ne? Jemand war hier. Und deshalb ist dein Brief. Okay. Lockt mich das jetzt irgendwo hin? Jo, Kefka. Holy shit. Dankeschön für die 10 Subs, Mann. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Mann. Dicken Schmatz auf deine Stirn. Danke für den Support, Mann. Dankeschön. Danke. Ich muss mit ihrem Pimmel telefonieren. Hey, hey, hey. Erwachsener Mann. Okay. Ich brauche die Messer wieder. Da, wo ich es macht, da muss ich es reinstecken. Das ist ein interessanter Pimmelschutz. Ich brauche die Messer. Ich brauche es einfach. Ja, genau. Und ich kann es kein zweites. Doch. Dum 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 dum. Dum dum. Also es ist einfach nur, also ich merke mir das einfach in zwei Dreiern. Der erste Dreier fängt halt bei einem mittleren Ton an und geht dann tiefer und der andere fängt bei einem mittleren Ton an und geht dann höher und der andere versteht schon, ne? Nee, okay, warte. Ja easy, klang beim ersten Mal ein bisschen verwirrend, aber es war easy. Hey, wo ist meine Diskette? If man is trying to kill you or if the simulation is crumbling around you, fear not, because of this self-aware nature, man might realize that he is trapped in a simulation. Hm, genau, genau, das will er, dass wir denken, weil er will, dass wir denken, dass das eine Trap ist, dass wir denken, dass es eine Trap ist, aber das ist dann wirklich eine Trap. Well, if this is the case, there is a secret tunnel behind the pin-up doll in the basement of the house in a simulation and behind you should be able to find a special floppy disk to leave the simulation and reset it to... Okay, dann versuchen wir zu fliehen, ne? You might experience severe glitches during this procedure. Okay, im Basement, hinter einer Puppe. Pin-up doll. Das ist so eine Pin-up doll wahrscheinlich, ne? Kackpack. 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 Kann ich bis jetzt das Telefon wegpacken? Das mache ich fertig. Nessi, hey, Dankeschön, für acht Monate oder so. Dankeschön und hi. Lost Woods Chat. Neun Monate Sub, danke für acht Monate. Ja, ich verspreche mich da öfters, weil mir wird angezeigt, immer wie viel in a row und wie viel insgesamt. Und dann lese ich manchmal das in a row vor und manchmal das insgesamt. Dankeschön für die neun Monate. Ja, dass du da so kam, wegen ihrem Namen halt. Okay, Telefon endlich weg. Lost Woods geschafft. Hier ist die Floppy Disk. 4, äh, 4759 Chat merken. Escape, schreib auf. 960 für 20, blazart. Smoke, we were there. Damn, son. What you want, did? Das hatte ich schon gelesen. Okay, let's go. Nächstes Simulation. Ich muss kurz mein Handy abchecken. We hope that by now we have demonstrated that here at New Runets Solutions we know what it is you truly want. You need to ask yourself, where is it that you think you are? Das geht nach Paris, sind die Katakomben. Ist die Stimme KI? Ne, das ist mein Vater. Ich gebe es jetzt zu. Der Synchronsprecher ist mein Vater. Keine Ahnung. I don't know. Könnte KI sein, weil es geht hier um AI. Also wenn AI, dann ist es wahrscheinlich eher gewollt als aus Not oder Geldmangel. Du meinst, die Stimme ist, dass die, die, der heißt M-Man. Okay? Nenn ihn bitte M-Man. Äh, das meinst du, dass das seine Stimme ist und er uns anlocken will? Er sagt uns ja, diese Diskette, also ich mein, ich mein, oh nice. Ich mein, ich mein, es wird ja wahrscheinlich alles von der hier AI passieren, weil wir haben ja diesen einen Brief gefunden, in dem es ja steht, dass die AI versucht, einen hier zu trappen und dass die dann den Getrappen als Vessel nimmt, um so zu entkommen. Also ich glaube, ich denke mal, alles, was hier passiert, auch in dem Haus draußen, ich meine, das Haus, in dem wir da unterwegs sind, bevor wir hier reingehen, ist ja auch schon Virtual Reality. Also ich denke mal, ja, alles, was hier passiert, wird von diesem M-Man kontrolliert. Kontrolliert. Das ist mein Lieblingspart in dem Spiel. Macht ihn voll gerne. Hey, was ist passiert? Ich habe in den Chat geguckt, auf einmal war die Kugel weg. Ja, der M-Man ist cooler als der G-Man, weil der M-Man hat drei Nasen, zwei Münder und acht Augen oder so. Der G-Man hat von allem nur eins. Okay, Fokus, ich habe keinen Bock, hier jetzt noch Stunden zu sitzen. Wann M-Man ins G-B-Di-Toilet? Speedrun. Du bist immer noch da, Silvina. Ich dachte, du bist schon im Kino. Aber yo. Ciao, ciao, viel Spaßi. Hallo, das ist nicht so einfach, okay? Es sieht vielleicht einfach aus, aber es ist gar nicht mal so einfach. Ja, es gibt sehr viel Skibi-Toilet-Kram im Internet. Auch Spieler. Das wäre jetzt ein geiler, das war alles, jetzt war ein Build-Up. Wir sollen denken, dass es hier in einem Spiel sechs CDs zu finden gibt. Dementsprechend halt sechs Level, die man spielen muss. Und jetzt kommt halt diese Erwartungshaltung, die jetzt gebrochen wird. Kurz vor dem Ziel und dass ich gleich die vierte CD bekomme, bricht dieses Ding aus und der M-Man verfolgt dich. Alles bricht hier zusammen. Die ganze Simulation bricht zusammen, weil er versucht gerade zu entkommen, indem er in dich reingeht. Nicht auf die hotte Art und Weise, Mann. Zwei Meter mehr sprinten. Current status. Several workers inside the simulation are unresponsive. And attempts to establish communication have failed. It is strongly suspected that the M-Man is actively preventing contact. Hypothesis. There is a reason to believe that M-Man has achieved self-consciousness and is attempting to take over the physical bodies of users within the simulation and possibly waking up to the real world with their body. Immediate actions. Temporarily suspend external communication channels to avoid potential information leaks. Terminate and dispose of all individuals affected within the simulation. Use the backup to reset the simulation and M-Man's AI mitigating further risks and restoring system integrated. Einfach den Hitty gritten. Aber ja, wir waren, als wir ja im Haus waren vorhin. Integrity. Oh, das ist die Silent Hill-Taschenlampe. Als wir vorhin im Haus waren, haben wir ja den Zettel bekommen, dass das ja zu Simulationen gehört, dass die AI uns denken lässt, dass sie uns übernehmen will. Also, dass die AI uns trappt und wir sollten denken, dass das echt ist, aber das ist ein Teil der Simulation. Sprich, wir sind fein. Das ist ein Teil der Simulation. Das soll so. Den Hitty gritten, ja. Passiert das Game auf irgendeinem SCP? Fühlt sich irgendwie so an. Keine Ahnung, nee. I don't know. Der scheiß M-Man. Wenn der kommt, dann denke ich mir immer, M-Man. Okay, das war scheiße. Ich dachte, das klingt in meinem Kopf, klang es viel cooler. Das ist ein Teil der Simulation. Das ist ein Teil der Simulation. Heißt der? Fonsai. Erschreck mich doch nicht so, Mann. Dankeschön für den Prime-Sub, Mann. Ich habe keiner, wo ich hinlaufe, ne? Jetzt ist er endgültig verrückt geworden. Ich bin auch sehr weit davon entfernt, verrückt zu werden. Ich bin the most sane person. Hier war ich doch gerade. Bin ich im Kreis gelaufen? Ich wurde verarscht. Verrückt, ich war einmal verrückt. Da hieß du noch Crazy Annie. Jetzt heißt es Drunken Annie. Jetzt, wo du es sagst, es escaped. Ich habe vergessen, einen YouTube-Stream anzumachen. Huch! Find three stars. Ist wohl normal hier so, ne? Wieso ist da ein kleines Kind? Ich bin jetzt hier reingegangen. Ich denke mal, ich darf die Röhren, die Dosen nicht benutzen. Und dann kommt das kleine Kind. Aber da könnte ein Stern drin sein. Ich kann mich leider auch nicht ducken. Weiche von mir! Dämon in Form eines Kindes! Ja, das ist eine Dschungelprüfung, ne? Das ist eine scheiß Dschungelprüfung. Ich muss Essen ins Camp bringen. Ich muss sich die Dosen. Das ist ein kleines Kind, wieso habe ich Angst vor ihr? So, hier müssen die Sterne rein. Das heißt, ich bin jetzt hier. Wir gehen jetzt einmal hier ums Eck. Und dann haben wir es. Kreuze! Kruzifix. Kruzi. So, und hier ist der letzte Stern. Es ist in deinem Arsch. Wer hat den Jeremy in den Arsch gebumst? Na, Kruzifix? Na, Kruzifix. Kruzifix. Ave Maria! Da ist Maria und Jesus. Das ist irgendein scheiß Meme. Irgendeine Frau, die das sagt. Wer hat den Jeremy in den Arsch gebumst? Kennst du was von TikTok unter anderem? Ich weiß, wen du meinst. Klingt nach dem Talk. Ich weiß nicht, woher diese Frau bekannt ist. Wahrscheinlich wie so Trash-TV oder so. Aber die hat so viele irgendwelche One-Liner gedroppt, die Leute immer wiederholen, weil es lustig ist. Die erste Statue und die vier Statuen sind in der Opposite direkten. Dieめidung. Das ist auch ein richtiges Statuen. Die dritte Statue ist der einzige Teil von der Opposite, die dirigiert die Weg nach vorne. Das ist das dritte Statue umflübende. Die dritte Statue er hinterher ist die drei Statuen. es ist second statue okay first and forth gucken in genau die gegensatzte richtung der guckt nach dahin der guckt nach dahin die dritte ist die einzige die nach oben schaut the second has been turned one more time in the clockwise direction and compared to the clockwise also nach unten und die fünfte ist dasselbe wie die zweite also i guess chippa chum chippa chum chippa chum chippa chum brain huge brain capacity was used here rein ins loch ich habe auch nicht erwartet dass sie sich so drehen ich dachte die drehen sich um ihre eigene achse i have both good and bad news to share the good news is that our a.i.m. man has finally achieved the capability to autonomously generate activities within the virtual world stark however it seems that it didn't create what we ask it to do at all and instead made this mess i swear something was chasing me down there perfekt also ja der m-man create create dann den ganzen silent hill scheiß ne wer hat die mutter von jeremy in den arsch gebumst das war baljet aber der ist noch minderjährig bitte baljet das darfst du nicht machen was so gut käme ich damit auch nicht aus ähm wir sind wieder draußen aber wo kriege ich jetzt die nächste casera äh diskette das hat sich hier nicht geändert wir müssen das haus einmal durchsuchen check mal deine tiktok facts weißt du sonst beleidigt die mich immer hier als irgendein tiktok versager und wenn ich dann mal was von tiktok nicht weiß dann sofort äh du versager weiß ja gar nichts von tiktok also tue ich mal einmal das was ihr wollt und zwar langweiliger scheißer zu sein der sich nicht für tiktok interessiert und dann werde ich trotzdem geflamed okay joe escaped ja das ist überall das ist auch auf instagram und auf youtube shorts das ist halt überall in allen short formaten ich weiß nicht ob ich hier richtig bin wir fahren einfach mal stimmt was ist eigentlich mit der zahl vorhin ne 5 7 4 9 neul net solutions would like to remind you not to forget to report any encountered issues for ongoing enhancements in our virtual paradise your feedback is essential in shaping the future of our immersive experiences keep up the great work okay ich kiepe meine gute work ab alter ach jetzt bin ich im keller das ist der keller mit der diskette so und hinter einem pinup girl ist irgendwo ein versteck pinup doll hier ist so ein pinup doll hier da ist so ein secret tunnel aber ich kann damit nicht interagieren ah hier okay ja dafür war die eieruhr ich bin dumm batz ich bin ein dummer dumm batz ich bin ein dummi ich bin ein ultra dummi jetzt zum zurückgehen so und hier gibt es jetzt irgendwo eine diskette ich bin wieder bei den toiletten der AI man kommt gleich wieder das ist wieder so im kopf hier ist wieder was am glitschen dem geht es noch gut leute wir machen nur eine kurze pause hier glaube ich da ist die kettensäge sind das ehemalige leute die in diese welt reingegangen sind da ist die kettensäge da ist die kettensäge naja also kann sein dass es vielleicht leute sind die hier die hier schon mal reingekommen sind so wie wir um diese virtuelle welt zu testen und der m man hat die komplett abgeschlachtet äh ich weiß nicht was mit der brechstange jetzt machen hat man irgendwo eine tür gehabt die bröckelig aussah bröckelig einfach bröckelig zerstörbar geschwächt geschwächt wieso hat sich das dahinten verändert hier war doch das pinup girl ist weg jetzt jetzt ist da der kindergarten gröckelig aussah bröckelig ich falle doch hier runter oder ne ok da hinten ist etwas da sind die da ist wieder dieses bild mit der zahl kurze frage kann man sich eine ibo geben wenn man schon eine genommen hat die aber nicht hilft äh du darfst theoretisch mehrere nehmen ja aber nicht zu viel aber zwei sollte noch klar gehen aber ich bin auch kein arzt google lieber oder so ich habe schon mal zwei genommen ich lebe this is a backup floppy disk only use it if you are trying to leave the simulation and have lost all contact with the outside world ja ich bin komplett lost ne scheiß AI versucht mich umzubringen stimmt es gibt ja verschiedene größen von den pillen true ganz vergessen so wir lassen mich alle in ruhe oder ich kann ich kann einfach gehen oder aber was ist da eigentlich ich bin ja nicht ganz durchgelaufen was ist da hier kann ich ja noch hoch ok so komme ich auch zurück ins haus gut gut let's go dann zerstören wir die simulation fahren die scheiße runter let's go das sieht nicht aus als würde jetzt die simulation runter fahren oder doch wir kriegen doch kein video ich glaube es wird heute mit dem bingo echt schwierig ne können wir kurz eine kurze pause machen uns das bingo anschauen also ich kann jetzt schon sagen spiel ist actually gut gott und jesus kommen vor wir hatten augen im dunkeln gehabt schon mal eine reihe bingo sieht voll gut aus ja weil das wird das letzte spiel für heute sein wir werden kein weiteres spielen retro grafik true ich meine videotapes es ist jetzt nicht genau videotapes aber es ist quasi wie videotapes wir gucken uns ja quasi immer die disketten an das ist ja quasi wie videotape dieses typische sammel die dinger und dann guckst du dir die an es ist quasi das konzept ähm kid bei wie viel bist du gerade zwei okay äh stimmt ich hab geschrien äh bei der übersicherungskasten keggy schreit folterwerkzeug unnötiges rätsel asset flip protagonist ist weiblich jemand flucht also der eine auf der toilette ja ich weiß nicht ob der war eigentlich schon ganz cool aber war der kreativ aliens kam doch in meinem game vor das was wir geskippt haben ich weiß nicht ob das aliens waren wir haben es ja nicht mal weit gespielt um es herauszufinden ob das aliens waren das hätte ja auch irgendwas anderes sein können wir wissen das ist wie letzte woche mit dem kult wir wissen nicht was es war weil ich hab es zu früh abgebrochen ne die dueli rätseln sind nicht unnötig die sind hier ganz cool in dem spiel ich werde am 16 april zu hause bleiben arschloch am 16 april kommt nämlich das final fantasy dlc da bleibe ich zu hause chaos entchen dankeschön für 19 monate dankeschön independent contractor contractor agreement this independent contractor agreement is entered into between neural net solutions company and bla 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 effective as of bla 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 service the contractor agrees to allow the company to copy their consciousness and integrate it into an advanced artificial intelligence system compensation 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 in consideration for the service the company will pay the contractor a one-time fee of 10 000 us dollars within all days of successful completion of the service confidation confidentially the contractor acknowledges and agrees to maintain the confidentiality of all information including trade secrets and property information acquired during the provision of the services okay also hier werden bewusstseine hochgeladen in diese in dieses system bewusstseine mit irgendwelchen geheimnissen die nicht geleakt werden dürfen non-disclosure and non-disparagment the contractor further agrees not to disclose any details of the consciousness duplication process discussions or negotiations with the company to any third party and will refrain from making any disparaging remarks or comments about the company okay es gibt also ein prozess bei dem man sogar die consciousness das bewusstsein sogar kopieren kann non-solid solicitation lovis dankeschön für 25 monate man nehm mein geld ich musste werbung sehen dankeschön the contractor commits not to solicit either directly or indirectly any employee client or customer of the company for a period of years following the completion of the service wafer of legal claims in consideration of the compensation provided under this agreement the contractor hereby waives any and all claims demands or causes of action against the company arising out of or or in connection with the service or the duplication of consciousness okay 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 also ist das ein teil der virtuellen realität soll ich denken dass das echt ist project mind merge revolutionizing the future of vacation vielleicht will ja die kai dass das wir das denken we are excited to present project mind merge a groundbreaking endeavor in the realm of technology and ai oh papa dankeschön für fünf monate goal create an advanced ai driven virtual world offering an unparalleled vacation resort experience for users target audience global vacation enthusiasts enthusiasts seeking immersive personalized adventures today we will explore how innovative and customer centricity will reshape the vacation industry redefining vacationing our next generation ai envisions future where individuals can escape to meticulously crafted virtual vacation resort the ultimate gateway a seamless fusion of cutting edge away detached ai ai technology and immersive virtual reality providing users with a dream vacation experience personalized paradise aus and for them eight five uniting praises Okay, also die AI basiert auf dem Bewusstsein einer anderen Person. Also auf dem Bewusstsein eines echten Menschen. Also die AI, wird es irgendwie mal eine Chance geben, ein Autogramm oder ein Foto von ihr zu machen bei der Gamescom zum Beispiel? Äh, bestimmt irgendwann mal. Also ich plane jetzt nicht zu Gamescom zu gehen, aber wenn ich irgendwo mal hingehe zu so einer öffentlichen Sache, dann gebe ich auf jeden Fall vorher Bescheid. Ähm, also die AI, als sie die AI gemacht haben, okay, das war cool. Das war ein cooler Blend. Ähm, als sie die AI gemacht haben, haben die die Basis der AI aufgrund eines Bewusstseins aufgebaut von einem echten Menschen. Die haben ein Bewusstsein kopiert und daraus die AI gebastelt. Und die AI, also dieses Bewusstsein, darf nicht erfahren, dass es in einer Simulation lebt. Weil wenn es ja ein richtiges Bewusstsein ist, dann wird es natürlich ja fliehen wollen. Ich meine, wenn wir feststellen würden, wir Menschen, dass wir in einer Simulation leben, dann würden wir wahrscheinlich ja auch eher entkommen wollen. Und alles, was mit uns hier passiert, würden wir uns denken, das ist ja alles nicht echt. Dann kommen ganz halt irgendwelche Typen, so wie ich hier, der diese virtuelle Welt nur testet oder sowas. Und dann kommt der M-Man und denkt sich schon wieder irgendein Typ, der nicht echt ist, weg mit dem. Ich wollte vorhin irgendwas anderes sagen. Ich wollte vorhin sagen, der fucking Eminem, der M-Man, Mann. Aber, ähm, was ist, wenn... Hm. Es geht ja darum, wir haben jetzt vorhin auch gelesen, dass es ja irgendwie einen geheimen Prozess gibt, wo es darum geht, ähm, Consciousness zu duplizieren. Und vielleicht beim Duplizieren von Consciousness Nee, also ich denke mal, durch das Duplizieren haben sie ja die AI erschafft. Ich wollte gerade sagen, dass er vielleicht dadurch irgendwie entkommen will. Aber nee. Das Duplizieren ist ja wahrscheinlich genau das gewesen, als er erschaffen wurde. Junge, das sieht echt geil aus, Mann. Jetzt bin ich wieder hier. What the actual fuck? You will not escape me. Ich frage mich halt, wie will die AI hier entkommen? Also es gibt wohl dann wahrscheinlich einen Prozess, dass man, wenn man in dieser virtuellen Welt ist, die abgespeicherten Bewusstseine, die in dieser Welt hier unterwegs sind oder abgespeichert nur irgendwo auf einer Festplatte liegen, dass man die wieder irgendwie zurückbringen kann in die echte Welt? I guess. Say goodbye to fear at home. Our advanced AI-powered Sentinels swiftly detect and neutralize intruders, ensuring round-the-clock protection. With real-time threat assessment and seamless integration, your safety is our priority. Trust in innovation, trust in a secure home with our safe bots. Das ist kein schon günstiger Preis. Only moves when you look at her. Never been safer at home. Keeps you from intruders. Oh, das ist ja ein smarter Bot eigentlich. So erkennt er, dass du ein Intruder bist. Und zwar, wenn jemand einbricht, dann guckt er natürlich den Bot an, weil er wahrscheinlich in dem Moment denkt, das ist eine echte Person. Und in dem Moment, wo du den Roboter anguckst, stellt der Roboter fest, dass du ihn anguckst, dann greift er dich an. Vielleicht sowas wie, sowas mit Gehirn vom Nutzern wird quasi überschrieben. Ja. Ich meine, ich meine, wenn sie ja irgendwie mit einem Gerät es geschafft haben, Bewusstseins hier reinzubringen, dann wird das vermutlich auch ein Gerät geben, um die Bewusstseins hier wieder rauszuholen. Oh, es klingelt an der Tür. Tür, es klingelt an der Tür, Tür, Tür. Da geht's. Das ist er. Der M-Man. Sein Schatten. Das ist sein Herzloser. Vielleicht haben die alle keine Köpfe, weil er ihnen das Gehirn klaut. Weil ihn das Gehirn klaut. Wir hatten doch auch am Anfang diese Präsentationen gehabt in dieser Achterbahn, wo dann diese 2D-Pubfigur von dem M-Man war und dann ging auch sein Kopf auf. Ach du Scheiße. Dann ging sein Kopf auf und dann konnte man da drin sein Gehirn sehen oder so. Also vielleicht. Okay, wir brauchen eine Karte oder so. Ach, sind das die Safebots? Oh mein Gott, da ist ein Safebot! Da ist er. Aber ich hab ihn nicht angeguckt. Wieso greift er mich an? Die greift nur noch an, wenn ich sie angucke. ricia? Die greift. Ach nein, sag doch nicht, ich brauche zwei. Bruh. Bruh. Okay, gut, vielleicht hatte sie mich gerade angegriffen vorhin und mich getötet, weil ich sie einfach dumm angestarrt habe, während sie auf mich zugeht. Wenn man im letzten Moment sich noch wegdreht, dann greifen die dich nicht an. So, natürlich hat sie mich angegriffen. Was? Wen ignoriere ich? Was? Bist du weg? Okay, es speichert nicht. Ich muss jedes Mal eine neue Karte, die Karte wieder neu suchen. Hier vielleicht? Hier bräuchte nur eine. Hai? Wir sind Hai. Oh, das sind Schweinen. Okay. Okay, ich habe eine Karte. Ah, ich darf hier nicht zu lange drin sein. Ich vereise geradezu Eis. Okay, ich habe zwei Karten. Jetzt nur noch zum großen Tor. Das ist ja auch mal eine interessante Art von Puppe, ne? Nicht so wie normalerweise in Horrorspielen. Guck weg, dann greifst du dich nicht an. Einfach genau umgedreht, das System. Du guckst an, die greifen an. Contained within this tube resides a duplicated body and consciousness, utilized for our self-aware system, referred to as a man. Und der kontrolliert dann diese AI, die rumläft und uns angreift wahrscheinlich. Die haben mir nur die Augen rausgeholt. Rausgeholt. Guck mal, er wehrt sich. Er sieht uns ja, dass wir hier sind. Er wehrt sich. Okay. Was ist dieser komische, diese komischen Striche? Wir sind in den Backrooms. Wir sind in den Backrooms. Wir gehen gerade irgendwie alle Simulationen durch, wo wir drin waren. Yo, Silent Hill, das ist der Silent Hill Effekt. Ist meine Taschenlampe schwächer geworden? Ja, ich bin auch auf das Game-Ende gespannt, ob das gleich wirklich damit enden wird, dass er mich übernehmen wird oder ob das damit endet, dass ich einfach sterbe wie jeder andere hier. Und wenn nicht, wie kann ich ihn aufhalten? Wie kann ich fliehen? Die Taschenlampe ist irgendwie echt beschissen geworden. Okay, hier gibt es jetzt irgendein Rätsel. Ich muss das in richtigen Reihenfolge machen, um durchzukommen. Gehen wir mal wieder zurück und drücken mal wieder den hier. Einfach Bloodborne Ending, ja. Hier gibt es noch einen Haken. Okay, und jetzt drücke ich den wieder? Dann fährt nur der weg. Der bleibt diesmal hier. Aber ich komme trotzdem nicht weiter. Junge, diese Taschenlampe, wieso ist das so dunkel geworden? Achso, nee, das war schon vorhin auch so. Das war nur vorhin weiter weg. Jetzt ist es wieder näher. Ich kann keine Batterie wechseln. Ich sehe halt kaum was. Ja, ist super anstrengend gerade für die Augen. Hey, ich check das Rätsel gerade nicht. Meine Augen tun gerade so weh, ne? Ich kann auch nicht schnell reinrennen. Dreh mal die Kurbel. Ich kann da nicht dran drehen. Ich bin hier eingesperrt. Die kann mich ja gar nicht erschrecken, wenn ich nichts sehe. Das ist smart. Hä? Ja, irgendwie habe ich CDs übersehen, ne? Wir hatten auf jeden Fall hier und da ein paar Wege gehabt, die ich nicht gegangen bin. Also vielleicht habe ich die wirklich übersehen. Das fährt halt immer wieder selber hoch. Aber das zieht auch nur das mittlere Teil runter, sonst zieht das gar nichts runter. Da muss ich vielleicht schnell sein. Oh? 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 War das der Plan? Ja, das ist der Plan. Okay. Ein Bein. Okay. Okay. Ich habe ein Bein. Okay. Hier geht es nicht weiter. So, jetzt könnte ich genau das gleiche... Ne, warte. Ich könnte theoretisch jetzt, während ich ja hier oben bin, den hier wegschieben. Dann bin ich hier gefangen. Junge, das ist so anstrengend gerade für die Augen. Wenn ich das drücke, aber ich hier auf der Plattform bleibe... Dann bringen wir das... Oh. Ach so, mein Bein kann... Ich kann das Bein da hinhängen. Lol. Ja, das ergibt Sinn. Ich dachte irgendwie gerade, jetzt kommt irgend so eine Scheiße, ich muss ganz viele Bodyparts sammeln oder so. Jetzt dreht sich die Scheiße auch noch. Ich muss aber gerade an diesen riesigen Komplex, der sich so bewegt und sich dreht, muss ich gerade irgendwie so ein bisschen an Dingens denken. An Silent Hill 5 oder 6 war das? Ich glaube 6 war das. Mit dem Gefängnis. Ocarina of Time fast. Der Moment in Ocarina of Time, als man in die Anderswelt gelandet ist. Und sich Pyramid Head gejagt hat. Es gibt mehr als 4 Silent Hill Games, ja. Ich habe hier on stream 7 Stück gespielt. Das ist alles gut. Ey. Sind die alle gut? Ne. Leider nicht. Die Qualität schwankt sehr. Ne, ich habe 8 Teile gespielt. Stimmt. 1 bis 6 Origin und... Das ist alles gut. Ähm. Shattered Mirrors. 8 Stück. Eminem ist weg. War ich gerade wieder da, wo er, wo sein Körper hing? Ich bin gerade irgendwie... Ja, ich bin irgendwie gerade komplett... Orientierungslos, wo ich gerade bin. Welcome to the Neural Net Solution Safety Emergency Exit Assistant. You have reached this point, because you have triggered the emergency exit button to exit the simulation, ja. You are currently in a secure environment, where browsing is permitted. However, please be aware, that any use of the emergency exit system will result in an investigation and may lead to a fine or contract termination of find-absusive. To disconnect from the virtual reality and return to the real world, utilize the wake-up-ex. Application and input your assigned wake-up code provided to your opponent... Was ist, wenn er will, dass wir diese Echse benutzen? Und Joji, Uchiha, Dankeschön für 17 Monate. Vielen, vielen Dank. Kann man die auch alle auf YouTube sehen? Äh, ich glaube nicht alle. Ich habe nicht alle hochgeladen. Weil es war noch eine Zeit, also einen Großteil davon habe ich gespielt zu einer Zeit, wo ich noch nicht den BOD-Channel hatte. Ich weiß nicht, ab wann ich angefangen habe. Ich glaube, ich habe nur fünf, sechs... Shattered Mirrors habe ich, glaube ich, angefangen. Ich weiß es nicht mehr. Musst du mal auf meinem Kanal einfach schauen. Einfach in die Suchleiste Silent Hill eingeben. If you cannot recall your wake-up code, do not worry. Upon recruitment, we send an e-mail to each new member containing their unique wake-up code. Das ist 5749, oder? Therefore, you can securely access your e-mails using the e-mail application and retrieve your wake-up code. If you wish to revisit any of these instructions, simply click on the instruction pop-up. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass das alles hier von MM kontrolliert wird. Und der mich jetzt in der Falle verlocken will. Das wird doch nicht so einfach sein, dass ich jetzt einfach fliehen kann, oder? Okay. Es öffnet sich sogar wirklich die echte Konsole. Wenn ich die Konsole öffnen möchte. Botschat, jetzt lernen wir hier so eine neue Glocken-Formation. Und dann müssen wir das Spiel nochmal neu spielen, bis zu dieser Stelle, wo man diese Glocken machen muss. Dann muss man diese Glocken-Melodie nachspielen. Dann muss man diese Glocken-Formation geben. Access denied. Unsufficient privilege to launch this application to gain requisite permissions. Access the command prompt application and execute the following command. Grand loadful access system access admin. Soll ich das machen, Chat? Ich habe Angst, dass mein PC RIP geht. Ich mache mal ein Foto davon. Weil das ist ja die echte Konsole. Brauchst sowieso einen neuen PC. Achso. Ja gut, wenn ich eh einen neuen PC brauche, dann können wir theoretisch auch... können wir theoretisch auch einfach mich hacken lassen, alle meine Daten löschen. Hey, let's go! Okay, jetzt passiert was, Chat. Ich glaube, ich habe da irgendwas von Trojaner gelesen. Admin access granted to lawful access. You can now use the wake-up access. Das passt ja gar nicht, Chat. Okay, ich bin Dr. Oliver Thornton. Und ich bin aus dem Gastgeist-Account. Due zu einer urgenten Sache, zu meinem e-mail access. Es ist es, dass die Paper containing mein usual login information ist missing. Typically, ich keep diese information securely noted down, aber es scheint zu haben, dass es nicht misplaced oder overlooked während recentes Verwalt. Ich habe mich in die Verwaltungen durch meine Workflow gebrochen. Ich habe in als ein Guest, temporarily unterhalten die critical nature of e-mail security. Ich bin von Ihren gebrauchten Beispiele in Recovering meine login information oder guise mich durch die necessary steps zu resetten. Dear Thornton, thank you for reaching out to the security system team regarding your email access issue. We understand the importance of addressing this matter promptly and I appreciate your diligence in bringing it to our attention. After reviewing your account, we found that your email login username is Thornton0. However, for security reasons, we are unable to provide your password in this communication. To ensure the security of your account, we will promptly send you a document containing your updated login information. Please accept this document shortly. If you have any further questions... Okay, who is in this document? I would like to inform you that as a precautionary measure following the recent security cons, personal passwords associated with your email service has been resetted. Okay, Default Password 1. Okay, gehen wir rein. Wie heißt, wie hieß, wo war das Suchat? War das so? Default Password 1. Ohne das zweite H. Ich vergesse mich ja, wie genau sein Name geschrieben wird. Ich vergesse mich ja, wie genau sein Name geschrieben wird. Thornton 0. Thornton 0. Default Passwort 1. Meinst du, das ist ein E an O? Thornton O. Default Passwort 1. Ich schreibe schon mit dir, ja, so wie es in einem Papierkopf ist. Das Ding ist, meine Tastatur ist halt echt scheiße. Das heißt, kann sein, dass manche Tasten vielleicht nicht richtig getrackt werden. Und ich kann es ja nicht mal sehen, es gibt hier kein Auge, was ich anklicken kann, um mein Passwort zu sehen. Ich komme nicht rein. Was mache ich falsch? Okay, so wird es rüberkopiert. Es ist wirklich ein O, glaube ich eher. Okay, jetzt geht's. Man musste wohl draufklicken. Ja, aber ich habe schon mit dem O vorhin probiert. Vielleicht habe ich da das Passwort falsch eingetippt. Okay. Resignation. I heard some rumors about intentions to leave this company, but I must emphasize the gravity of such a choice, especially given your deep involvement in our most confidential research, the Consciousness Duplication M&M Program. M&M Program. You are initially aware of the ethical tightrope upon which we walk with this project. The ability to replicate and manipulate human consciousness for the advancement of artificial intelligence is a momental endeavor, one that defies the boundaries of conventional science. Consider this a stark warning. If a single word escapes regarding your ethically questionable endeavors, your life, as you know, will disintegrate, your family, your career and your freedom will be at risk. Bestimmt ist das seine Consciousness, die hochgeladen wurde. Vor allem, die wollen damit sogar die Consciousness, also das Bewusstsein sogar manipulieren mit dem System. Consider this a... I strongly advise you to reconsider your decision and maintain your unwavering loyalty to this organization. My resolve to protect our interests knows no bounds and I will not hesitate to take drastic measures if necessary. Choose wisely. Ich brauche den Code. There is an automated identification. I feel compelled to share my concerns regarding our AI development. During my extensive work on this project, I've noticed something deeply unsettling. M-Men, our virtual intelligence agent in charge of the simulation, seems to exhibit signs of self-awareness beyond our expectations. It is as if it believes it's a real person trapped within a virtual world and it may attempt to escape. Man muss aber auch sagen, Chad, das waren genau auch wir. Also beim Spielen des Spiels haben wir ja gedacht, wir sind die echte Person und wir versuchen aus dieser virtuellen Welt zu fliehen. I understand the immense potential this represents for our company, but I worry about the ethical implications and the potential consequences of an AI-driven escape attempt. I believe we should consider the moral and ethical dimensions of our work more closely and engage in comprehensive discussions about the risk and benefits of continuing this project as it stands. The potential of unintended consequences is significant and I fear that ignoring these concerns could have dire consequences for us all. I await your response and hope we can engage in a thoughtful and responsible dialogue about the path forward. Plot twist, ja, das war ja nur so von mir so ein Guess, ich weiß nicht, ob die Story jetzt darauf hinausläuft. Passwort, hier der Wake-up-Code. Because of our recent firmware update, we will send to all employees a new unique Wake-up-Code for any further assistance. Hier ist der Code. Okay, da haben wir es, Chat. In the rare instances of glitches or lost communication, 8113M. Okay. Ist das schon irgendwie so ein Hidden-Code? Da steht schon bestimmt irgendwie so ein Code für, steht für Eminem, ja. Du glaubst, du könntest weg. Du glaubst, du könntest weg. Er hat in meine Suchleiste gerade eingetippt. Du glaubst, du könntest weg. Und dann ist es weg, geswitcht zum Game. Ich hab kurz Angst gehabt, dass er jetzt irgendwie in meiner Adresse liegt oder so. Immerging from the digital abbess, An unsettling wrongness lingers warping reality itself With each step, the veil between worlds thins Revealing the horror unleashed A nameless entity, a cosmic aberration Now set loose upon their unsuspecting world You've unwittingly become the herald of an eldritch cataclysm Bound to a destiny more sinister than any nightmare Okay Ja, wie es aussieht, habe ich ihn freigelassen Und er hat die Welt zerstört Ich weiß nicht, ob es noch ein anderes Ending gibt Das klingt wie ein bad Ending Die Wufu, Dankeschön Dankeschön für den Sub Sogar gewechselt vom Prime of Normalen, Alter, Dankeschön Ich weiß nicht, ob wir was dazu finden Das Spiel ist recht neu Ich schau mal gleich Das Spiel ist recht neu und recht unbekannt Ja, das Game war echt nice Das Ende ist grad ein bisschen unsatisfying Ich hoffe, es ist nicht das Canon-Ende Extra Content Vor allem, mir fehlen ja immer noch zwei Discs, ne Originally, the game was envisioned with an entirely different storyline After some thoughts and some feedback from the demo Made the decisions to change the current story This exhibit showcased the initial concept for the setting They're besitting the street and houses where the game was originally intended to unfold Okay A pot travel to a virtual world made by neural nets Okay Oh, cool Behind the scenes Na, das ist süß The scene displayed in this concept art was supposed to be centered around the theme of a secret government prison Upon reflecting, I choose to reuse some of the assets and turn it into a neutral net Solutions facility that you can explore near the end of the game Ja, sind wir ja rumgelaufen Debunked Yo, ciao Kamel Ja, der kam nicht vor Der aufgeschlitzte Kettensägenmann Das sind wahrscheinlich nochmal die Videos alle, ne Wo ist ein Zombie? Das ist kein Zombie Da, so wäre das Kind, dann hätte es uns angegriffen Das hat irgendwie diese Tentakeln im Gesicht Ah, okay The spider-like enemy Made appearance in a demo Okay Da ist er Junge, das ist irgendwie ein bisschen Als würde ich schielen gerade Wenn man so absichtlich schielt Junge, ich versuche mich darauf zu fokussieren Meine Augen Ich versuche mich darauf zu fokussieren Und ich habe das Gefühl, ich schiele gerade Da ist diese riesige Hand, die mich verfolgt hat Junge, das ist eh klar Ja gut, dann lass Ich schaue mal kurz auf YouTube By the way, Bingo Chat Hatten wir gerade noch am Ende irgendwas Neues bekommen? Fluch Fluch, ne Niemand hat geflucht Tio Jumsky Finden nur das gleiche Ending auf YouTube Ne, Plot Twist war das jetzt nicht Das wurde ja schon alles ziemlich darauf Ist ja schon ziemlich darauf hingelaufen Man könnte halt noch kreativer Jumpscare nehmen Für den 9 auf der Toilette Kit wurde nicht Und wurde nur dreimal gejumpscared Das ist auch nicht Auto geht nicht an Hatten wir nicht Ja, ich glaube Chat Wir haben es wieder nicht geschafft, glaube ich Jemand flucht hatten wir im ersten Spiel Mit dem Puppen Hat der geflucht? Haben wir es vergessen zu markieren? Was hat er denn gesagt? Ja, hat jemand einen Clip? Der hat so Shit und Fuck gemacht, glaube ich Einfach gemacht Also im ersten Spiel hat er erstmal auf Russisch gesprochen Aber der Untertitel Stand in den Untertiteln irgendwas Das war halt Text von dem Char Er hat das nicht gesagt Ja, aber stand das im Text? Hat er Fuck im Text gesagt? Müssen wir jetzt wirklich einmal kurz in VOD reingehen? Blehat, hat er gesagt Läuft es jetzt wirklich darauf hinaus Dass wir jetzt was übersehen haben? Oder ich übersehen habe? Vielleicht habt ihr das geschrieben Aber ich habe es nicht mitbekommen Ähm Ich will das VOD anschauen Scheiße Es ist gerade auf Privat gestellt Ich kann während dem Stream das VOD nicht Nicht starten Pass auf Ich habe eine viel bessere Idee War das Cursebound, Chat? Ja, ne? Ne, das war Counting to Six Wir starten das Spiel einfach nochmal kurz von neu Wenn du hier sagst Das war direkt am Anfang Hallo? Hallo? Ja, wisst ihr wo wir gerade nicht sind? Genau Wir sind gerade nicht bei Rosines Restaurant Ich kann mich nicht erinnern Dass er geflucht hat Der hat in dem Spiel nicht geflucht, Chat Der hat in dem Spiel nicht geflucht Der hat dann nicht geflucht Da gab es keinen Fluchen Nein Der hat geflucht Tut er doch nicht Wie man am Anfang direkt das Spiel Tut er nicht Wir finden jetzt die Aliens Ich werde das Spiel jetzt nicht nochmal komplett spielen Habt ihr es vorhin Als es passiert ist im Stream Habt ihr es in den Chat geschrieben? Das was ich meine war nicht zu einfach War nicht zum Anfang Einmal wurde es reingeschrieben Einmal wurde es reingeschrieben Die lügen alle Ich werfe jetzt eine Münze Ja Ja Es ist gerade Believer gegen Non-Believer Dashke bist du noch da? Dashke bist du noch da? Kannst du dich an einen Fuck erinnern? Ich war nicht durchgehend da Aber nein Chat Er sagt nein Er kann sich auch An keinen Fuck erinnern Ich habe mal gefragt Ob es zählt Weil Keggy angefangen hat Mit Zucker Da seht ihr Das war wahrscheinlich einfach Weil ich das gesagt habe Und hat Margin Einen Joke gemacht Es gab keine Beleidigung Chat Und ihr hättet mich dann Besser darauf aufmerksam machen sollen Wenn nur eine einzige Person Das geschrieben hat Der Dashke kennt keine Flüche Der ist zu pure Ja deshalb werfe ich ja keine Münze Ich habe jetzt einfach Wir haben vorhin Dashke entscheiden lassen Mit Ob ich geschrien habe oder nicht Und wir lassen jetzt auch wieder Dashke entscheiden Jemanden Unbeteiligten Der nicht bei der Gamba teilgenommen hat Ich gucke jetzt auf YouTube Ja jetzt ist es zu spät Wir haben es jetzt Die finale Finale Entscheidung ist jetzt gefallen Wir haben leider zum dritten Mal Kein Bingo Zum dritten Mal Ist das sehr sehr knapp gewesen Wir hätten entweder Einen coolen Plot Twist noch gebraucht Oder Oder ja Jemand hätte geflucht Es war wieder sehr knapp Und wir haben wieder Sehr wenig von den Spielen gespielt Die ich eigentlich rausgesucht habe Können wir schon nächsten Woche Freitag Fast wieder ein Bingo machen Ja 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 Vielen Dank.